Silvia Marlen ist eine österreichische Schauspielerin, Leben und Karriere. Silvia Marlen wuchs auf dem Land in der Nähe von Linz auf. Nach dem Abitur besuchte sie das Konservatorium der Stadt Wien, welches sie erfolgreich absolvierte. Ihr erstes festes Engagement hatte sie am Theater in der Josefstadt in Wien, wo sie als Melitta in Grillpatzas-Sappo an der Seite von Uli Meier debütierte. Anschließend war sie Ensemble-Mitglied am Stadttheater Regensburg. Dort war sie unter anderem als Juli in Strindbergs Fräulein Juli, Emia in Shakespeare's Ein Sommernachtstraum und Virginia in Brechts Leben des Galilei zu sehen. Für ihre Darstellung der Jacinta in Goldtonis Trilogie der Sommerfrische wurde sie 2004 für den Bayerischen Theaterpreis nominiert. Es folgten Gastverträge am Fritz-Rimmond-Theater Frankfurt und am Apollo-Theater Siegen. Seit 2008 arbeitet Silvia Marlen zumeist für das deutsche Fernsehen. Bekannt wurde sie vor allem durch die Rolle der Jennifer Steinkamp in der RTL-Serie Alles was zählt, die sie über zwei Jahre verkörperte. Silvia Marlen lebt in Köln und Berlin. Film, Fernsehen 2001 Liebe, Lügen, Leidenschaft 2005 Daniel Käfer und die Schattenuhr 2007 Unschuldig 2008 zu 2010 Alles was zählt 2011 Zauberhafte Lilly 2012 Paul Kemp Alles kein Problem 2012 Upgrade 2012 Die Tochter meiner Mutter Theater Theater 2001 2001 zu 2002 Ensemble-Mitglied am Theater in der Josefstadt Wien 2002 zu 2005 Ensemble-Mitglied am Stadttheater Regensburg 2006 zu 2008 Diverse Engagements 2012 Actors Space Berlin Proof Claire 2012 Komödie Frankfurt Madame Es ist angerichtet Brigitte 1 2013 Fritz Rimmond Theater Frankfurt Der dressierte Mann Helen 2014 Theater am Dom Köln Ziemlich beste Freunde Untertitelung des ZDF folgt Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF 23 24 25 27 26 26 25